Ah, hi Moni. Hallo Christoph. Ja, du bist ja schon heute am Arbeiten. Ja. Ja, super, was gibt's denn heute? Keine Ahnung. Nee, aber du fängst doch schon an. Zwiebeln, kann man nie was falsch machen. Willkommen liebe Gäste, wir sind schon voll drin, wie ich sehe. Ja, aber jetzt müssen wir uns schon was überlegen, oder? Ja, wenn du willst, kannst du ja mal weitermachen. Dann mache ich mal die Zwiebeln weiter, das ist immer gut. Dann gucke ich einfach mal in den Kühlschrank. Aha, da bin ich aber auch neugierig, was hast du denn da so? Oh je. Wie lange sind die da schon? Oh ja, man kann sie noch essen, ne? Ich denke auch. Ja, also in der Menge. Wie wär's mit gefülltem Mangold? Haben wir was zum Füllen? Ja gut, Zwiebeln. Ah ja, genau, da hat's noch Reis von gestern. Reis? Ja, 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 nimm den nochmal. Okay, jetzt haben wir schon mal Zwiebeln und schon mal Reis. Reis, Knoblauch hätten wir noch was. Also schon mal einen Start, würde ich sagen. Und was haben wir sonst noch? Vielleicht irgendwie hast du noch irgendwas, guck mal, du hast noch ein paar Tiefkühlererbsen. Ah, ja genau, Erbsen aus dem Tiefkühler. Ja, und dann nehmen wir vielleicht noch ein bisschen was aus. Hast du noch ne Dose irgendwas, Erbsen, Bohnen, wohl irgendwas? Weiß ich gar nicht. Können wir noch mal nachschauen. Warte, ich hab nämlich letztes Mal, hab ich bei dir geguckt. Ja, du stöberst in meinen Schränken. Na gut. Okay. Was ist denn da drin? Kidneybohnen. Kidneybohnen, ah so. Sind perfekt. Ja, okay, los geht's. Also, dann kannst du schon mal loslegen mit der zweiten Zwiebel. Ja, gerne. Ähm, ich mach mal hier. Ich find das so super, dass du Gas hast. Ja. Das ist wenigstens ein bisschen... Ein bisschen Luxus, gell. Ja, ja. Da geht's gleich los. Du schneidst die Zwiebel so schön wie im Haushaltskurs. Ich bin da viel zu faul. So. Das macht nichts, das kommt alles in die Füllung rein. Eben, eben. Da passiert gar nichts. Das heißt, so gefüllte Sachen sind ganz praktisch, man kann alles wegarbeiten, man sieht's nicht und es schmeckt gut, gell? Ja. Einmal quer durch den Kühlschrank, ja. Okay. Okay. Bisschen Grün. So flach, ja. Ja, einfach so mit dem Messerrücken. Hä? Mach mal. Einfach so. Na, im Ernst. Und rein damit. Du hast beim Italiener gelernt, gell? Die machen das so. Ja, die machen das so. Aber das isst man ja so nicht, oder? Nee, das hol ich dann gleich wieder raus. Kannst du die zweite auch nochmal so? Dann lässt die Schale einfach dran. Einfach dran und dann... Batscht drauf. Perfekt. Genau. Und hier können wir, hier brauchen wir mal so füllen, brauchen wir ja auch nur das obere. Ja. Da können wir ja den Rest, können wir ja dann schon noch klein schneiden und auch mitbenutzen. Ah, finden die Fehlung rein, ja? Ja, genau. Okay, mach mit dir. Aber ich brauche mal eine Schüssel. Ja, ja. So, dann können wir nämlich die ganzen da schon mal reinschmeißen. Ja. Ja, und dann, was machst du in der Schüssel? Die werden doch gekocht normalerweise, oder? Ja, aber wenn, das ist so aufwendig, weißt du, mit Topf, extra Wasser, Abschrecken, Tralala, das ist immer nicht so. Ja. Einen Wasserkocher hast du ja auch. Ja, ja. Genau, und da können wir einfach Wasser drüber schütten. Kannst du mal... Und das reicht? Ja, ja, schüttest du einfach mal drüber. Mhm. Die da warte, mach ich auch schon drauf. Ja. Die da noch. Und jetzt das Wasser im Schwung da drüber? Einfach drüber. Ja, das ist ja cool. Mal gucken, dass das ein bisschen unter Wasser kommt, das Ganze. Ja, ja. Das reicht, da können wir ein bisschen Wasser drin lassen. Aha. Genau. Und der Kocheffekt ist genügend? Das reicht, weil wir machen das dann nachher noch in der Pfanne und deswegen ist das genug. Das ist toll. Habe ich selber wieder was gelernt, du. Die wollen wir jetzt mal wieder raus. Ah, das ist jetzt das Rausfischen des Knoblaubs, ne? Ja, weil nachher sonst einfach... Ja, das reicht schon. Außer man steht drauf, gell? Da kann man auch so drin lassen, wenn man das gerne isst, aber nicht jeder hat. Und der Geschmack in der kurzen Zeit geht schon ins Öl rein? Ja. Ah ja. Ja, die Erbsen haben wir gesagt, gell? Erbsen? Ja. Mal einfach ein bisschen rein. Ja, das ist immer ziemlich praktisch, gell? Haha. Die tiefgefrorenen muss man ein bisschen garen, ne? Ja. Ja. Deswegen, weil die sind halt noch nicht klar. Ja, ja. Aber sag mal, kannst du schon mal die Dose aufmachen? Ja, mache ich die gerne. Da ist so ein Ding in dran. Da ist jetzt natürlich noch das Wasser drin, aber da tun wir einfach so raus. Ich mach's einfach so. Das geht schon. Ah so? Das geht schon. Ich wollte die einfach raus schöpfen. Und wie würdest du das jetzt? Was kommt da noch alles rein? Okay, Thymian ist immer lecker. Ja. Super lecker. Ich liebe Thymian. Und dann halt Salz. Das darf natürlich nicht gell. Das ist mal logisch. Und dann kann man uns einfach ein bisschen abfüllen. Das ist schon phänomenal. Du nimmst da irgendwas aus dem Kühlschrank, schraubst dir da eine Füllung zusammen. Ja. Und jetzt hat der Reis. Und dann fluss der Reis noch rein. Wie viel muss das ungefähr? Wie machst du das? Alles nach Gefühl? Okay, wir machen alles rein Wasser. Wenn wir noch was übrig haben, dann essen wir das einfach als Beilage. Ah ja. Und dann können wir uns einfach ein bisschen abfüllen. Ja. Genau, das ist schon begriffen, worum es geht. So. Dann machen wir hier fliegenden Wechsel, weil wir brauchen nämlich jetzt eine Pfanne mit Deckel. Ah ja. Da kommt nämlich dann jetzt das Ganze rein. So. Und jetzt einfach. Du kennst es ja, du bist ja so ein Frühlingsrollen-Freak. Ja, genau. Gell? Das ist mal ein bisschen hier weg. Ja. Können wir schon einfach schöne Rouladen machen. Und ab in die Pfanne. So. Wenn wir noch brauchen, da haben wir noch. Wollte nur nicht die Pfanne da hinstellen. So. Und das muss man gar nicht fixieren, so, das hält da in der Pfanne. Das hält, das ist super. Von selbst selbst. Jetzt muss ich auch mal was machen hier. Warte, du kriegst noch ein bisschen mehr. Ja. So ist gut. So. Mach dir noch ein bisschen rein, den Rest dran. Ja. Aber bei den Frühlingsrollen gehe ich immer vorne ran. Und dann, weißt du, wie ein Postkuvert. So. Das supergute an dem Rezept ist, dass man alles füllen kann. Ja. Man kann auch einfach Salatblätter, die harten Ols von Salatblättern nehmen und füllen. Oder China-Kohl und geht alles von nach Hause. Mit einem Wasserkocher kannst du einfach so machen. Und muss auch kein Reis sein. Wenn du jetzt Kartoffeln übrig hast, schneidest du Kartoffeln klein und geht genauso gut. Dann kannst du gerade den Kartoffelsalatrest einfach so ein bisschen verzaubern. Also, da ist eigentlich kein Problem, da sind keine Grenzen. Super. Ich mach mal noch ein bisschen kleiner. Ja. Also da kommt jetzt noch eine... Machen wir noch ein bisschen Soße, oder? Schweizer brauchen wir immer Soße, habe ich gehört. Ja, ja, klar. Was machen wir denn da für eine Soße dran? Da schauen wir mal. Vielleicht eine Tomatenmark oder irgend so was? Ich finde was viel besseres. Ketchup. Curry Ketchup. Im Ernst? Ja, das ist genial. Oh, das ist... Ich bin aber gespannt. Schau mal, hier. Ein bisschen Ketchup rein. Das wird unsere Gourmetsauce. Pass auf. Ketchup. Bisschen. Naja. Das wird lecker. Das muss ich echt sagen. Alles Handgelenk mal Pi? Ja, Handgelenk mal zweimal Pi. Aha. Also Ketchup, Öl, Pfeffer. Pfeffer. Curry Ketchup, hast du gesagt. Curry Ketchup. Das ist ganz wichtig. Und wenn du keinen Curry Ketchup hast, nimmst du halt Curry und... Nö, einfach zum Normalen. Und dann hast du noch ein bisschen Wasser drin? Ja. Nimm du. Du weißt die Menge. Das ist doch ziemlich viel, ne? Ja, wir wollen ja eine Soße, oder? Ah ja. Okay. Dann rühren wir noch ein bisschen um. Da bin ich aber gespannt, du. Und das Ganze? Ja, das sieht irgendwie so nach China aus, ne? Ja. Und jetzt machst du den Deckel zu und das Gart da drin, wobei das ist ja schon gar, gell? Ja gut, aber den Mangold haben wir jetzt auch wirklich nur ganz kurz. Das schadet, das schadet dem jetzt nicht, wenn der noch ein bisschen, das ist so ein bisschen al dente, ein bisschen sehr al dente. Aha. Und das können wir dann noch als Beilage einfach dazu nehmen. Das futtern wir dann auf jeden Fall noch weg. Du hast doch immer so geniale Sachen mit deinem Brot. Was machst du da immer mit deinem Brot? Wie war das? Ach, sie ist schon rumgesprochen. Du meinst den Trick mit dem Waffeleisen? Ja, das hat die Engel mir erzählt, dass du da irgendwie total... Ach so, ja, 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 ja. Ich habe keinen Toast da. Und du kannst ein Waffeleisen nehmen. Machen wir gleich mal vor. Und zwar gibt das hier den Vorteil, ein schön gemustertes Brot. Das heißt, wir nehmen uns eine dünne Toastscheibe. Vielleicht zwei. So, und legen die einfach ganz simpel hier rein. Und durch das Anbacken kriegt das ein schönes Muster. Ist ja irre, ist ja super. Ja, machen wir uns doch mal einen schönen Teller. Oder ist das noch zu früh? Nee, nee, nee. Können wir schon loslegen? Können wir schon loslegen. Weil der ist doch hübsch. Ein schöner Teller. Ja. Und dann habe ich gesehen, hast du noch eine Salatschüssel, also so eine Salatschleuder. Ja, so Dekogramm und Salat, alles Mögliche da drin, ja. Na ja, also Farben sind ja das A und O bei der ganzen Sache. Aha. Na ja, Farben sind, finde ich, einfach wichtig. Ja. Ja, der ist natürlich schön richtig knallig. Ja, total schön. Ja. Das ist jetzt so, oh, na ja, nicht ganz so geschickt, aber na ja, gut. Gucken wir mal. Aha. Und hier ist es auch schon soweit. Okay. Ha, schau dir mal die Soße an. Die ist toll, ha? Hm, die riecht lecker. Das ist phänomenal. Hey, hast du die überhaupt schon probiert? Nein, 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 da warte ich schon die ganze Zeit drauf. Die riecht voll gut. Finde ich auch. Und dann noch ein bisschen Soße. Ja. So, dass das so ein bisschen unten auf dem Teller rum ist. Ja. Aber phänomenal. Also wie ich heute heimkomme, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass ich so was wegkriege. Und jetzt ist natürlich dein ultimatives Brot noch, gell? Das brauchen wir auch noch. Jetzt müssen wir mal gucken, dass das nicht schwarz wird. Tatatata. Ah. Phänomenal. Gucken, dass man sich die Finger nicht verbrennt. Wow, ich glaube, die andere Seite ist noch schöner, oder? Ja. Ja, ja. Wow. Also, ist natürlich viel eleganter als ein Toast, das ist wirklich super. Jetzt auch entsprechend schön hier hin machen. Also, ich kann jetzt eigentlich nicht widerstehen. Mhm. Wie machen wir das jetzt am besten? Essen. Essen. Ganz einfach essen. Ja, Monika, bitteschön. Eine Gabel, ein Messer. Und wie heißt das jetzt? Wie soll man das nennen? Das ist Mangoldröllchen. Mangoldröllchen. Darf ich mal? Ja, logisch. Ich möchte unbedingt die Soße mal probieren. Da bin ich schon neugierig, wenn jemand einfach nur mit Curry-Ketchup schnell mal was macht. Phänomenal. Hm. Das schmeckt richtig asiatisch. Das ist super. Absolut nachwarmenswert. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Kochen. Und wir werden jetzt hier das genießen. Mhm. Da freue ich mich wirklich schon drauf. Das sieht man das alles. Danke. Danke.